Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video präsentiere ich euch eine Partie von Hikaru Nakamura. Der amerikanische Großmeister wird heute am 9. Dezember 2021 34 Jahre alt und ihm zu ehren habe ich seine wunderschöne Partie aus dem Jahr 2010 gegen Boris Gelfand rausgepickt für diesen Kanal. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer hat Bock auf The Big Creek? Wer hat Bock auf Hamburg? Dem biete ich die Gelegenheit am 22. 23. Januar nämlich ein unterhaltsames und sehr lehrreiches Wochenende mit mir zu verbringen. In Kooperation mit der Schachschule Hamburg veranstalte ich mein erstes Meet The Greek in den Räumen des Hamburger Schachclubs. Jeweils von 10 bis 17 Uhr am Samstag und am Sonntag volles Programm mit Essen, mit Getränken durchgehend, viel Unterhaltung, viel Spaß und natürlich auch viel Schach. Die komplette Ausschreibung findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt dort auf den Link, lest euch das Ganze in aller Ruhe durch, ob das vielleicht was für euch ist. Vielleicht habt ihr Bock nach Hamburg zu kommen und mich zu treffen. Das Ganze ist auf 30 Personen begrenzt unter den gegebenen Bedingungen. Alle Informationen, wie gesagt, in der Ausschreibung plus Link zum Anmeldeformular. Auch Kontakte zur Schachschule, falls ihr Nachfragen habt. So, kommen wir jetzt zurück zu dieser Partie, zu diesem Video. Gelfand gegen Nakamura. Bursa, 2010 Bursa, eine türkische Stadt. Das war die Mannschaftsweltmeisterschaft damals. Gelfand beginnt hier mit D4. Einige von euch wissen natürlich, dass Gelfand sogar um die WM gekämpft hat, nämlich im Jahr 2012, also zwei Jahre später hier, gegen Arnand in Moskau. Hat er aber verloren. Ihr seht die Elozahl von Gelfand, 2761 damals, saustark. Nakamura 2708. Was will man zu Nakamura sonst noch sagen? Viele von euch ist er natürlich bekannt als super erfolgreicher Schachstreamer inzwischen. Vielleicht sogar der erfolgreichste Schachstreamer weltweit, mit unglaublich vielen Zuschauern immer auf Twitch. Und das bedeutet auch, er hat seit zwei Jahren keine klassische Partie mehr gespielt, so als Randinfo. Und er ist aktuell mit seiner Zahl von 2701, glaube ich, die Nummer 21, ne, 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 Quatsch, er müsste mehr haben. Die Nummer 21 der Welt, die aktuelle klassische Zahl, müsste ich nochmal nachschauen. Er ist im Rapid aber die Nummer 3 und im Blitzen sogar die Nummer 2 der Welt. Also im Rapid und Blitzen immer sehr aktiv noch, aber klassische Partie, schon lange nicht mehr gespielt, der liebe EK. So, jetzt zurück zu der Partie hier. D4, Springer F6, C4, G6, Springer C3, Läufer G7. Königsindische Verteidigung. Das hat Nakamura sehr, sehr viel gespielt in seiner Jugendzeit und auch später noch in seinen 20er Jahren. E4, D6, Springer F3, Ruhade, Läufer E2. Das ist hier das klassische System gegen die Königsindische Verteidigung. Weiß hat ein super Zentrum aufgebaut, hat dadurch Raumvorteil, drei Leichtfiguren im Spiel. Schwarz hat aber ganz, ganz fix seinen Königslügel entwickelt und den König in Sicherheit gebracht. Wer mehr über die Königsindische Verteidigung erfahren möchte, der schaut sich bitte mein Video zur gleichnamigen Eröffnung an. Das habe ich schon vorletztes Jahr, glaube ich, rausgebracht, hat über 100.000 Klicks inzwischen. Sehr erfolgreiches Video. Geht gerne mal rein. So, was macht man hier mit Schwarz, wenn man mit so einem Raum Nachteil spielt? Man muss natürlich das Zentrum attackieren. Die typischen Züge sind hier C5 und E5, um das weiße Zentrum zu attackieren, insbesondere den Bauern D4. Hier der Hauptzug lautet E5, greift den Bauern D4 an. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten für weiß. Worte, Vorsicht, nicht direkt nachfragen, warum kann weiß den Bauern nicht schlagen. Ich komme dazu. Immer zuerst zuhören. In meinem Video zur Königsindischen Verteidigung zeige ich unter anderem, warum man hier, ja, man kann hier schlagen, man kann hier Läufer E3 spielen, man kann hier D5 spielen. Das sind alles normale Züge. Der Hauptzug aber lautet kurze Rujar. Den hat Gelfand gespielt. Klassisch. Springer C6 erhöht den Druck gegen D4. D5 greift den Springer an. Das ist der richtige Moment für Weiß nach vorne zu gehen. Mit Tempo. Weiß sichert sich Raumvorteil. Springer E7. Jetzt haben wir hier so ein geschlossenes Zentrum hier. Insbesondere das, das hier. Das ist ein geschlossenes Zentrum. Und jetzt weichen die Spieler auf die Flügel aus und müssen von dort an versuchen, das Zentrum zu attackieren. Oder wir sagen auch gerne, anzuknabbern. Das tun wir hier, indem wir mit Schwarz diese Angriffsmarke hier attackieren. Dazu muss aber der Springer weg von E6. Das gleiche für Weiß. Er möchte C5 hier spielen, um die Angriffsmarke zu attackieren. Die C-Linie öffnen und am Damenflügel attackieren. Dafür muss der Springer umgruppiert werden. Häufig über E1 nach D3. Ein weiterer Zug hier ist B4. Das wird sehr, sehr häufig gespielt. Das ist der sogenannte Bajonettangriff. Springer D2, was Gelfand spielte, ist aber auch ein normaler Zug. Der inzwischen aber so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Wird nicht mehr so viel gespielt. Man sieht hier hauptsächlich B4. So, es geht hier weiter mit Springer E8. Und jetzt, was wir jetzt sehen werden in den nächsten fünf bis zehn Zügen, ist eine typische Königs-Indisch-Partie. Weiß attackiert am Damenflügel. Ist häufig auch ein Ticken schneller dort. Schwarz attackiert am Königsflügel. Da er aber am Königsflügel attackiert, ist natürlich ein Tacken gefährlicher, weil er den König attackiert. Da ist es viel gefährlicher. Nicht nur ein Tacken. B4. F5. C5. Beide Seiten setzen ihre Pläne fort. Springer F6. Attackiert hier den Bauern E4. Das ist der richtige Moment, der typische Moment für Weiß, die Bauernkette intakt zu halten. F3. F4. F4. F4 ist natürlich sehr prinzipiell, strategisch aber sehr riskant, weil Weiß jetzt natürlich ein mega Zentrum hier hat. Diese Bauernkette ist krass. Sehr stark. Aber Schwarz schiebt einfach seine Bauern am Königsflügel vor. Ein ziemlich simpler Plan. Weiß auf der anderen Seite. Springer C4. G5. A4. Springer G6. Bringt die Figuren rüber zum Königsflügel. Läufer A3. Weiß möchte B5 spielen und den Druck gegen D6 verstärken. Schwarz zieht den Turm aus dieser Diagonale, spielt Turm F7. B5. Hier hat Schwarz zwei prinzipielle Möglichkeiten. Der Bauer D6 ist angegriffen. Man kann hier Läufer F8 spielen und den D6 überdecken. Das wurde auch in der Praxis häufig gespielt. Problem ist hier aber konkret, dass Weiß mit B6 schon sehr weit ist und den schwarzen Darmflügel und das Zentrum hier aufrollt. Und wir wissen ja, was wissen wir? Mir fällt der Spruch nicht ein. Irgendwas mit malen. Der malt zuerst. Schreibt in den Kommentaren rein, was ich sagen wollte. Läufer F8 läuft in B6. Deswegen D schlägt C5 hier. Gewinnt ein bisschen Zeit. Weiß muss erst mal den Bauer nehmen. Läufer schlägt C5 und das gibt Schwarz die Zeit für H5. H5. Die Idee ist klar. Schwarz möchte am Königsflügel weiter attackieren. Weiß auf der anderen Seite. A5 schiebt den Bauern vor. Möchte B6 spielen. G4. B6. Total kompromisslos beide Spieler. G3 greift hier H2 an und Schwarz droht hier schon so etwas wie Springer D7. Angriff auf den Läufer und dann Dame H4. Gelb eingezeichnet mit der Mattdrohung. Ich zeig das mal. Es gibt hier mal so ein Problem in solchen Stellungen. Wenn die Dame auf H4 steht und der Läufer auf C8, dann haben wir immer dieses Läufer schlägt H3 Motiv. Deswegen muss Weiß hier erst mal auf diese Drohung reagieren und spielt König H1. Macht das Feld frei für den Läufer, der gegebenenfalls den Bauern H2 decken soll. Wer zuerst kommt, malt zuerst. So war das. H3 zum Beispiel ist hier schon ein grober Fehler. Wegen Läufer schlägt H3. G schlägt H3. Dame C8. Und hier dringt der Angriff schon durch. König hat G2 geht nicht wegen Springer H4 Schach und dann Dame schlägt H3. In dieser Stellung hätte Weiß wahrscheinlich nur die Möglichkeit über Turm F2 hier den Turm zu opfern, damit das Matt abgewehrt wird hier. Also H3 großer Fehler. König H1 stattdessen. Jetzt geht es hier weiter mit. Hier gibt es, hier möchte ich euch noch eine andere Partie zeigen. Erstmal Läufer F8. Das hat Nakamura gespielt. Im Jahr 1997 gibt es eine hier, gab es eine wunderschöne Partie. Das ist ein Klassiker in der königsländischen Verteidigung mit einem solch schönen Matt. Das muss ich euch zeigen. Springer H7. Hier, Springer H7. Und zwar eine Partie zwischen Lubomir Vtacznik und Orgnien Swittern heißt der, glaube ich. Zwei Großmeister. Deutschland 1997 in der Bundesliga, glaube ich. Springer H7. Macht den Weg frei für die Dame. Mal schauen, was hier passiert. Schaut genau hin. D6. Dame H4. Droht Matt. Läufer G1. Und jetzt Läufer H3. Was für ein Zug greift hier den G2 an. Weiß hätte jetzt hier auf G3 nehmen sollen. Mit der Idee Dame schlicht H3. Und hier kann man den Turm opfern. G schlicht F2. Läufer schlicht F2. Diese Stellung sagt, die Engine ist total gewonnen für Weiß. Auch wenn auch ein ziemliches Chaos besteht hier, wenn ich ehrlich bin. Naja, es gibt hier der schwarze Damenflügel ist halt enorm unter Beschuss. Aber in der Partie hier zwischen Tacznik und Swittern geschah was anderes, nämlich B schlicht C7. Das sieht total gefährlich aus hier. Aber jetzt setzt Schwarz forciert Matt. Versucht das mal auszurechnen. Das ist eine wunderschöne Kombination. Es ist forciert Matt. Läufer schlicht G2. König schlicht G2. Und jetzt kommt der Zug, den Tacznik übersehen hat damals. Dame H3 Schach. König H1. G2 ist natürlich ein schönes Matt. Also König schlicht H3. Springer G5. König G2. Springer H4. Und hier gab Weiß auf. Er hätte ruhig ein bisschen Matt spielen können. König H1. Und jetzt? Mate. Was für ein schönes Matt, ne? Heftig. Das ist königsindisch. Gehen wir zurück zur Partie von Gelfand und Nakamura. Nakamura spielte in dieser Stellung Läufer F8. Denn wir haben ja gesehen, Springer H7 hier war nicht ganz korrekt, ne? Läufer F8. Es geht hier weiter mit D6. Starker Zug von, ähm, Gelfand. Was für eine Spannung hier, ne? Das kann man kaum alles berechnen. Es geht hier weiter mit A schlicht B6. Ähm. A schlicht B6. Turm A1. Dame A1. Und dann C D6. Ist gut für Schwarz. Sagt die Engine. Deswegen geht Gelfand zurück nach G1. Hier gibt es einige Züge, die man spielen kann mit Schwarz. Ich will nicht auf zu viele Varianten eingehen. Ich möchte mehr, dass ihr die Partie genießt. Ähm. Auch im Fernschach wurde diese Partie noch sehr, sehr häufig gespielt. Und, ähm, bei bestem Spiel, klar, im Fernschach ist sowieso, äh, fast alles Remis, wenn man mit super viel Zeit und mit Engine die Varianten berechnet. Ähm. Hier spielte Nakamura Springer H4. Stellt den Springer hier sehr aktiv auf, am Königshügel. Attackiert G2. Der beste Zug wäre jetzt hier gewesen, H schlicht G3. F schlicht G3. Und jetzt Läufer E3 Platz machen für den König. Und die Stellung ist vielleicht sogar etwas besser für Weiß. Aber Gelfand spielte hier Turm E1. Er macht Platz für den Läufer unter anderem. Jetzt kommt aber eine super schöne Kombination. Wie könnte Schwarz hier seinen Angriff fortgesetzt haben? Die Idee von Turm E1 war, wenn Schwarz Läufer H3 spielt, mit der Mattdrohung hier. G schlicht H3. G2 ist Matt. Kann Weiß mit Läufer F1 einfach abwehren. Schwarz zog Sprengerschlicht G2. Er nimmt einfach den Bauern raus. Und hier fand Gelfand nicht den besten Zug. Er zog D schlicht C7. Kommen wir gleich zu. Schauen wir mal erstmal, was passiert auf Königschlicht G2. Das war der beste Zug. Turm G7. D schlicht C7. G schlicht H2 Schach. König schlicht G2 verliert wegen Springer G4 Schach. Und die Dame kommt mit tödlicher Wirkung nach H4. Deswegen König H1. H schlicht G1 Schach. Turm schlicht G1. A schlicht Dame schlicht C7. Und diese Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Nach A schlicht B6 hier. Materiell ist es ausgeglichen. Und ja, auch die Stellung ist ausgeglichen, wenn man die weiter analysiert. Also König G2 wäre möglich gewesen hier. Aber Weiß traute sich nicht, den Springer zu nehmen. Und spielte D schlicht C7. Nehmt hier die Dame. So, jetzt dürft ihr hier brillieren. Versucht mal hier einen starken Zug für Schwarz zu finden. Brillieren mit Nakamura. Springer schlicht E1. Es droht G2 Schachmatt. Deswegen ist keine Zeit, um die schwarze Dame zu schlagen. Weiß nahm den Springer. Dame schlicht E1. Jetzt G2 Schach. Ganz wichtig, die G-Linie öffnen. König schlicht G2. Turm G7 Schach. König H1 zurück. Ab in die Ecke. Jetzt kommt alles mit Tempo. Läufer H3. Jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig zu sehen. Dieser Zug. Es droht Läufer G2 Matt. Weiß muss das bedienen. Mit Läufer F1. Das ist der logische Zug. Deckt hier G2. Wie lenken wir jetzt diesen Läufer ab? Dame D3. Die Dame war angegriffen. Es droht hier allerlei. Läufer schlicht D3. Läufer G2 Matt. Das geht nicht. Weiß probierte Läufer schlicht H3 übrigens. Dame schlicht. F3 Schach. Und Dame G2 Matt. Weiß probierte Springer schlicht E5. Greift die Dame an nochmal. Und deckt den Bauern F3. Nakamura spielt weiter Power Schach. Läufer schlicht F1. Er bietet die Dame wieder zum Opfer an. Aber Springer D3 ist natürlich Läufer G2. Matt. Schach Matt. Zurück zur Partie. Weiß nahm natürlich raus. Dame schlicht F1. Jetzt hängt aber der Springer hier auf C3. Dame schlicht C3. Materiell. Schwarz hat sogar was mehr. Aber Weiß bekommt Material zurück. Turm zum C1. Dame schlicht E5. C8 Dame. Turm schlicht C8. Turm schlicht C8. Aber Schwarz hat eine Figur mehr. Und nach Dame E6 hier gab Gelfand auf. Der Turm ist angegriffen. Schwarz kann auch den Bauern hier nehmen. Springer schlicht E4 droht auch. Mit Dame E6 wollte Weiß. Damit C4. Schach verhindern auch. Schwarz hat einfach Material mehr. Und deswegen gab Gelfand auf. Eine wirklich wunderschöne Partie. Das ist eine sehr bekannte Partie von Hikaru Nakamura. Es ist ein bisschen schade, dass er nicht mehr Königsindisch so viel spielt. Früher hat er sehr viel Königsindisch gespielt. Aber es ist halt wirklich eine Eröffnung die sehr riskant ist. Bei den Profispielern ist es häufig so, dass die Varianten sehr gut kennen und sich diese taktischen Varianten spielen die wenigsten inzwischen. Ja. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Checkt auch mal in anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights The Big Greek Shorts Und checkt natürlich aus Meet The Greek Ende Januar in Hamburg. Links zur Ausschreibung und zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.